Das Karwendel zählt zu den prominentesten Landmarken der nördlichen Kalkalpen und ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert selbst eine eigene starke Marke. Da hinten, da geht mir natürlich das Herz auf, das ist das Karwendel. In Frühnebel getaucht erinnern die Berge im Karwendel an eine Zauberwelt. Einen solchen Tagesanbruch vergisst man so schnell nicht. Die Ursprünglichkeit dieses wildromantischen Berglandes ist trotz der Nähe zum dicht besiedelten Inntal weitgehend erhalten geblieben. Karwendel ist seit 1928 Schutzgebiet und damit auch das älteste Schutzgebiet Tirols. Bei Naturliebhabern und Wanderern ebenso beliebt wie im professionellen Alpinistenkreis. Jeder Zug und jeder Griff muss passen und das ist noch so in einem Flow. Das taugt gar nicht und das taugt man heute mit 63 genauso, als wir mit 20. Magische Momente brauchen keinen Kommentar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017